Schnellst du das gesamte Material online? Ja. Cool. Das ist jetzt schon online. Das ist gerade online. Na, das ist gut. Bist du überall dabei? Ja, ne. Eigentlich bin ich aus Berlin. Ich bin von CastorTV. Ich war jetzt in Dessau, jetzt hier in Magdeburg. Gemütlich. Überall und nirgends. Naja, gemütlich ist es nicht. Das ist so ne gemütliche Apparatur. Kannst die Hände hin und aus dem Klaschen ein. Ja, ja, ja. Kann man ne Zigarette drehen, ne? Ja. So fotografieren die hinten raus. Naja. Na, gerade haben sie einen rausgezogen hier. Echt? Schau mich gerade an. Sind zwei, dreimal durchgegangen. Also einmal so, einmal im Kreis. Dann sind sie wieder zurückgelaufen. Dann haben sie die ganze Zeit da vorne am Zaun gestanden. Dann haben sie sich auf den Typen gestürzt. 1,80 groß, blauen Rucksack. Haben zu Boden gedrungen. Bup, bup, bup. Haben gleich mitgenommen und so. Knüppel gezogen. Ein paar Leute haben mitgegeben. Mittendrin. Ein paar Steine, ein paar Flaschen sind dann auf sie geflogen. Und dann sind sie abgehauen. Aber jetzt hab ich mir schon gedacht, das war dieser Ene-Trupp hier. Ja, mal gucken hier mit einem Pressesprecher, ob hier ein Pressesprecher ist von der Polizei. Ja, ja. Ob die was dazu sagen können. Die waren das hier, ganz in Gelb. Ja, ne. Die waren hier blut die ganze Zeit rum. Aber kann ich niemanden mit denen unterhalten wollen, so großartig? Ja, ich würd' ja mal nachfragen nach der Verhaftung jetzt. Ja, dazu gibt's keine Auskunft. Na ja, ich bin Presse, also. Ja, da gibt's aber jetzt keine Auskunft. Die verweisen dann auf irgendeine PK, die 2017 stattfindet. Am 7. April oder am 26. März kannst du schon mal einplanen. In Berlin, die Polizeikonferenz. Was weiß ich denn? Ja, ja. Ja, ja, die ist schon eingeplant.